Spiel jetzt FIFA 20 um echtes Geld auf www.gaming-stars.net Jo was geht an meine Freunde, dieses Video wird von Gaming Stars gesponsert. Was ist Gaming Stars? Gaming Stars ist eine App, wo man FIFA oder die Spiele, die ihr im Hintergrund sind, um echt Geld spielen können. Weil wie oft sehe ich in den Livestream immer in den Chat, komm KC, lass mal One-on-One um 10 Euro machen. Es gibt einen 5 Euro Willkommen-Bonus, da könnt ihr euch schon mal testen, ob es euch gefällt oder nicht. Wenn man einen Freund einlädt, kriegen beide nochmal 5 Euro obendrauf. Den Bonus muss man aber 5 mal umsetzen, bevor man ihn über Paypal oder Bank auszahlen kann. Ein Gruppenchat in der App oder auf dem Discord könnt ihr dann gegen random Spieler oder gegen eure Freunde spielen. Am Samstag veranstaltet Gamestars sogar ein Turnier mit einem Preis von 100 Euro. Um damit zu machen, müsst ihr einfach nur unten deren Discord joinen, habe ich unten auch verlinkt. Und natürlich die App, ja, habe ich unten auch verlinkt. Wenn ihr das mal gerne abchecken wollt, wenn ihr euch FIFA momentan langweilt und Foodjamins euch irgendwie langweilt und die Rewards nicht genug sind und ihr sagt, ey, ich bin so krass, dass ich so gut bin, dann könnt ihr hier nebenbei vielleicht sogar noch den einen oder anderen Euro dazu verdienen. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe krasse Skills, checkt auch gerne Gaming Stars mal an. Jo was geht an meine Freunde, Hedge kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein anderes Video als sonst, weil ich noch nicht genau weiß, wann ich dies Wochenende streamen werde. Auf jeden Fall Sonntag und dann entweder heute Abend am Freitag oder Samstag. Deswegen werde ich jetzt auf Oldschool Basis wieder so ein Video aufnehmen, wo wir gleich erstmal ein paar SBCs abschließen, ein Iconpack abschließen und die Challenge ist es, ihn in mein Team einzubauen. Dann, je nachdem, wer natürlich rauskommt, ich hoffe, er hat eine spielbare Ikone. So wird vielleicht das Team aussehen, vielleicht hier noch RV und Ramos. Und dann schauen wir mal, wie viele Münzen wir noch haben. Ich habe jetzt eigentlich nur noch Joe Gomez zu verkaufen und meine Liste halt hier. Und Delikt habe ich verkauft, hat Joe Gomez geht noch für 7.000 K, also haben wir 3,4 Millionen, wird ein bisschen knapp. Da müssen wir mal schauen, ob wir noch genug Coins haben für Garincha, weil ich glaube, ja, auf Ramos müssen wir auf jeden Fall versichern und wahrscheinlich auf Robert Carlos oder halt auf Garincha, weil ich werde auf jeden Fall den Namer dieses Wochenende spielen und klar, Cat kommt auch wieder zurück. Ich habe richtig Bock auf ihn und wie gesagt, wir machen erstmal ein paar SBCs, wir holen uns erstmal, weil Werder würde ganz günstig. Man kriegt hier ein 93 geradete Karte und gibt hier, glaube ich, wieder einen Wert von 40.000 ab. Die sind meistens gar nicht mehr so viel was wert, deswegen fairer Preis, ob der gut ist, werden wir dieses Wochenende sehen. Genau, warum ich vielleicht dieses Wochenende nicht streamen kann, ich muss ein paar Videos vorproduzieren. Eventuell bin ich nächste Woche von Montag bis Samstag, ja, ich will nicht sagen Urlaub, aber ja, auch einen kleinen Ausflug mache ich dann, ja, eine Stadt in Polen mit irgendeinem Geh, ich weiß nicht, wer heißt irgendwas mit Geh, dann ist Strand, dies, das und ja, das ist sozusagen die letzte Chance, vielleicht noch im Sommer für mich wegzufahren, deswegen wird dann trotzdem Montag bis Freitag, glaube ich, mindestens vier Videos trotzdem kommen und Samstag bin ich ja zurück, dann halt, das heißt Samstagabend werde ich dann auf jeden Fall den Weekend-League-Stream dann wieder, ja, bringen und dann Sonntag natürlich auch. Der sieht okay aus, 3-3 ist nicht perfekt, vielleicht gibt man ihm eine Engine, ich guck mal später, was wir ihm geben, Shadow Engine, Anchor, ich muss mal schauen, gute Stats eigentlich, aber müssen mal gucken, wie der halt ingame ist. Dazu kam gestern noch ein 90 plus Team of the Season garantiertes Pack, das werden wir jetzt gleich auch noch aufmachen, ähm, leider nicht wiederholbar, sondern hätte man ein bisschen die Icon-Packs craften können, deswegen bin ich gestern auch nicht online gekommen, weil man kann nicht ziehen, ich hab eben zum Beispiel die Packs hier gemacht, ich hab, glaube ich, fünf miteinander 82 bekommen, da hab ich ein paar 83, zwei 85 bekommen aus 10 Packs, ist jetzt nicht schlecht, aber dann zieht halt sehr viele 82 oder 83, deswegen lohnt sich das fast gar nicht zu craften, weil es halt keine Special-Karten gibt, beziehungsweise Nuke, die richtig krassen Special-Karten, die kannst du daraus eh nicht so wirklich ziehen, wir wollen dann gucken, was noch eher der bringt, äh, die Tage oder, ähm, das Wochenende, gut, das ist, glaube ich, alles aus dem Verein gemacht, von daher passt das, bin gespannt, also entweder eine geile Team of the Season-Karte mit Neymar, EA Sports, Messi, oh, klippe, Nachbar-Klopf, ich muss ein bisschen leiser sein, ich nehm das auch mitten in der Nacht auf, oh, da gibt ihm eine High-Rated-Karte, ja, das wär auch nice, ich hab jetzt hier, glaube ich, äh, elf, doppelt, 81-Plus-Packs gemacht, ja, zum Testen, ob die gut sind oder nicht, ähm, ich glaube, entweder kommt ein Big-Banger oder gar nichts, wie gesagt, man kann momentan halt nichts ziehen, außer die ganz krassen, ähm, deswegen erwarte ich jetzt aus den Packs nicht so viel, aber ich würde mich natürlich über die ein oder andere High-Rated-Karte freuen, weil ich wieder noch ein Icon-Pack mache und da brauche ich ein bisschen Unterstützung von EA Sports, damit es ein bisschen günstiger ist. So, wir sind beim vierten Pack, kommen wir an EA Sports. Eine High-Rated-Karte brauche ich schon aus den elf Packs, das geht aber zumindest wieder durch. Das ist kein Team of the Year, ich verstehe es immer noch nicht so wirklich, wann ein Team of the Year kommt immer nicht, weil dieses Flair da oben ist bei beinahe hellblau, ne? So, das sechste Pack. Wir bräuchten, wie gesagt, noch einen ganz, ganz großen Walkout für die 88-Gerated-SBC. Ja, ich lasse mich nicht mehr verarschen. Aber es ist um Tidi oder Longley, 85er. Das ist, glaube ich, auch einiges wert. Ich habe ihn nämlich zeitweise für UV angeboten, und der ist jetzt ja schon bei 25.000. Einen Big Banger noch. Ah, der erste Walkout, immerhin. Ich bin zufrieden. Der Reha. Isco, 86er. Du wienst nicht so viele Special-Karten. Gibt es entweder Big Banger oder du gehst eigentlich sogar mit Minus hier raus, muss man leider so sagen. Okay, Jungs, wir haben noch ein 90 plus Team Season-Pack. Wenn hier ein Banger kommt, bin ich zufrieden. Neymar würde passen, da würde ich sogar mein Team immer umbauen. Oder ein Ramos-Sicker. Ein Ramos-Varan würde auch passen. E-Sports, come on, 90 plus. Aber es gibt halt so viele hier auf der Season-Karten. Ja, und das ist halt... Den habe ich schon letztes Mal gezogen, glaube ich. Hamdala, ne? 92-Rating, was in Ordnung irgendwo ist. Weil ich kann ihn dann gut abgeben für die ICON-SPC. Aber... Ja... Hm... Ich meine, ja, 90.000... Man darf sich nicht beschweren. Man hat, glaube ich, nur 82-Rating abgegeben. Man hat halt ein bisschen was gespart für die ICON-SPC. Okay, Freunde. Die 86er-SPC schließt mir mit einem, ja, Test-Ding, den ich eh nie gespielt habe, ab. Wenn ich brauche, kaufe ich ihn zurück. Kostet, glaube ich, 90.000. Pianche muss ich noch kaufen. Der Rest haben ja alles von diesen... Ja, craften, was sich im Nachhinein ja nicht gelohnt hat, wenn man ehrlich ist. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausend ich reingesteckt habe. Ja, 40 Packs haben wir, glaube ich, gestern Abend gemacht und... Ja, kaum gute Karten gezogen. Ja, und so ein Two-Players-Pack kommt einfach mal wieder ein Walk-Out. Oh. Nimm mal mit, Casemiro. Oh, die sind besser als die 81-Stoppel-Plus-Packs. Nimm mich so mit. So, Freunde, und so schließen wir die 88er-SPC noch ab. Wie gesagt, Benzema gestern gemacht. Ich habe ja eh den Tots. Petit werde ich, wenn, wie gesagt, eh nur den Optimus spielen. Ja, so arm bin ich das auch nicht. Und Handelaar brauchen wir nicht. Den Rest, das sind, glaube ich, die besten Spieler, die wir aus 40 Doppel-18-Plus-Packs gezogen haben. Was eigentlich absolut traurig ist, wenn man überlegt. Ja, aber vielleicht hat EA Sports das Pack-Lack für das Icon-Pack aufgehoben. Ich bin gespannt, Jungs, was wir ziehen können. Erstmal wieder so ein Two-Players-Ding. Mal schauen, was da kommt. Äh... What? Back-to-back durchgehen ist schon krass, eigentlich. Ähm... Ja, ist gut, nehmen wir mit. Und die Challenge ist ja, wie gesagt, wir bauen die Ikone ein für die ersten drei, vier Spiele für diese Episode. Egal, wer kommt. Wenn ein LM-Spieler kommt, Camp wird trotzdem gespielt, dann spielt er einfach auch RM für uns, ja. Off-Cam. EA Sports, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, das ist, glaube ich, mein viertes Pack jetzt. Irgendwas... Geiles. Irgendwas Geiles, was man spielen kann. Komm on, bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Am frühen Morgen habe ich noch nie, glaube ich, ein Pack geöffnet. Von daher... Das ist Yashin. Hey. Hey, Jungs. Ich würde das so als Big Win bezeichnen. Holy shit, das ist 95er Yashin. Leider nicht der Mützen, Mann. Das ist eigentlich... Vielleicht sogar das erste Mal, wo ich mich über eine Optimus-Prime-Karte nicht so freue, wie seine Prime-Karte, weil... Warum haben die Optimus keine Mütze gegeben? Aber... Hey. Ganz ehrlich, hey. Hey. 680.000. Ist ein Big Win? Ist ein Big Win. Ich weiß nicht, was ihr jetzt darüber sagt. Schreibt mir das in den Chat. Aber ich baue jetzt mein Team. Schmeichel kommt erst mal raus, der mir sehr, sehr so gut gefallen hat. Aber wir testen heute mal Yashin aus. So, Freunde. So sieht das Team aus. Also, ich muss sagen, es ist einfach brutal. Ja, okay. Das ist nicht die beste Ikone, die man testen kann. Aber ich bin echt zufrieden. Ich bin gespannt, wie Yashin ist. Vielleicht hat er ja noch krasser als Schmeichel. Der Schmeichel hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Aber Yashin wollte schon immer mal spielen. Jetzt haben wir den Optimus gezogen. Semedo hat mir drin als neue Karten. Wir haben eben Roberto Carlos für 1,1 gekauft. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht gespielt. Nur den Prime. Clark Kent ist back in the game, Jungs. Ja, der Plus-3 Upgrade bekommt. Den werden wir auch dieses Wochenende komplett spielen. Wir haben uns jetzt erst mal Headliner Neymar geholt. Wir schauen, was heute Abend oder morgen für den Content kommt. Ich will dir ja, wahrscheinlich werde ich heute Abend nicht streamen, sondern eher Samstagabend. Deswegen, für die heutige Episode haben wir noch Neymar reingeholt. Wir werden erst mal Karinja nur als Leihkarte spielen. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich einfach keine Coins mehr für ihn. Wir haben Valverde drin. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Wir gehen einfach ins erste Match am frühen Morgen um 10.30 Uhr. Mal schauen, was man hier für Gegner findet. Oh, okay. Komm, wir gehen einfach ankartet rein. Und der erste Gegner kommt mit einem, ja, muss man leider sagen, ein sehr schwaches Team. Müssen wir eigentlich weghauben mit Dark Kent. Let's go. Der Ninja. Stabil. Zack, auf Dark Kent. Neymar. Wow. Wow. Erste Aktion. Vorlage von Kent. Finesse von Neymar. Zito. Oh. Oh. Dieser Neymar. Diese Beweglichkeit. Oh. Mann, Alter. Ey. Okay. Am Ende ist es doch ausgegangen, Jungs. Gut. Zwei Vorlagen von Kent. Zwei Tore von Neymar. Wir gehen direkt ins nächste Match. So, Freunde. Wir gehen direkt ins zweite Spiel. Und das Team sieht doch mal ganz anders aus. Messi Team of the Season. Aguero. Ey, dieser Neymar ist ein Joke. Am, am, ey. Eigentlich soll es in dieser Episode ein bisschen um Clark Kent gehen. Aber dieser Neymar. Und das ist das nächste Ding. Clark Kent, Digger. Fünf Sterne Weakfoot. So kannte man ihn von früher. Oh, mein Gott. Der Gegner macht einen Anschlussstreffer, ey. Erster Schuss. Kommt schöner Ball jetzt. Auf, auf. Dieser Neymar. Auf. Einfach auf, Jungs. Clark Kent. Oh, mein Gott. Let's go. Let's go. Clark Kent. Too fast. Too good, Jungs. So, Freunde. Unser dritter Gegner für diese Episode. Oh, ein Schlag ist Team. Summer Heat hatte sehr viele drin. Semedo hatte auch. Oh, Neymar holt ein Penalty hier raus. Scheiße, das waffelt die ganze Zeit. Was ist denn jetzt passiert? Oh, mein Gott. Ich weiß gar nicht. Weil der Neymar so lange gebraucht hat. Ich hab gar nicht gewackelt. Es wurde immer größer. Ich wurde nervöser. Und am Ende ist, ja, dieser Mensch dann. Ey, also eins kann ich sagen. Das ist, glaube ich, das dritte Ding von Neymar, die in der Reihen finesse. Clark Kent. Und, ja. Das ist dasselbe wie, äh, Ben Yerda Clark Kent. Mit dem darfst du dich nicht finessen. Da musst du einfach diese Powerschlüsse raushauen. Garinja hat auch noch keins gemacht heute. Ah, ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück hat der gute Junge. Garinja macht auch noch ein Ding. So, Freunde. Der vierte Gegner. Wer kann's sein? Wer... Oh, 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 Jungs. Hat er ihn gezogen? Ich bin mir nicht sicher, Jungs. Er hat 99er KDB und er hat Prime R9. Ja, oh, Ben Yerda trifft nicht. Ich hab schon ges... Hallo. Drei Leute gehen auf einen Mann. Drei Leute gehen auf einen Mann, weil ich den Spieler wieder nicht wieder gewechselt bekomme. Let's go, Clark Kent. Mann, let's go, Mann. Komm schon, Mann. Sein zweiter Schuss. Digga, warum schießt er nicht sofort? Das gibt es nicht. Warum läuft mein Viera nicht? Warum läuft mein Viera, habt ihr gesehen? Er läuft einfach mittendrin nicht mehr. Oh, Mann. Ja, Freunde, ich kann so die Episode nicht beenden mit einer Niederlage. Ihr wisst das. Auch wenn ich jetzt hier mit Raid spiele, aber, ey. Entweder war das ein E-Sportler, der irgendwie, keine Ahnung, RTG oder irgendwas gestartet hat. Er hat gut gespielt, auf jeden Fall. Keine Frage. Alter, Test-Ding. Kann man jetzt gar keinen, bitte. Voll, Mann. Nur, dass euch mal gebraucht jetzt, komm. Na, ey, guck mal, Mann. Schießt. Nein, Jungs, Alter. Alter, wenn das euch nicht zeigt, dass das Delayed und Träge Gameday ist. Ihr habt mich sogar klicken gehört. Ich hab geschossen, Jungs. Das gibt es nicht, Jungs. Ich zeige euch gleich die Statistik. Also, es ist ordentlich. Die Leute, die meine Geschäftsführung schauen, wissen ganz genau, was gerade hier passiert. Das Upside. Oh, wie will ich das erzählen? Oh, mein Gott, Digga. Ich hab so ein Glück, dass der Gegner wirklich nicht gut ist. Jawoll, Benni, er da, Mann. Komm, klar, Kent. Oh, mein Gott, du Mixer, hä? Wollt ihr mich ganz so umtreten, der Gegner? Wollt ihr mich umtreten? Gibt der Kent den noch mal eine. Gibt der den noch mal, der Kent. Junge, Traum für das... Oh, guck mal, von der ist ich noch mal. Holy shit, Glacke. Bester fucking Mann. Okay, Freunde. Wir haben zum Glück das fünfte Spiel gewonnen. Aber, ja, ich verstehe einfach nicht, warum EA, ja, auf einmal das Gameplay so schlecht macht. Und da braucht bitte keiner mir schreiben, boah, das ist ausreden, bla bla bla. No, no, no. Das zählt wirklich langsam nicht mehr. Diese Spieler werden künstlich am Leben gehalten. Ist einfach, so ist es fact. Der Typ steht hinten drin, die erste Chance direkt drin, bei mir geht nichts rein. Pfosten, keiner bewegt sich, keiner macht einen Runway. Allein wie meine Spieler stehen, keiner macht die Lücken zu. Jeder kennt, dass er sich ein bisschen auskennt mit dem Spiel. Das Spiel, das war, dasselbe gilt für das Spiel davor. Das ist einfach nur traurig. Dieses Gameplay habe ich 24-7 in Draft. Die Leute meine Drafts zu schauen, wissen Bescheid. Das ist einfach unnötig und traurig, dass EA, ich weiß nicht, was sie da machen, aber irgendwas, ja, machen die auf jeden Fall da. Ich muss sagen, Carlos war okay, war in Ordnung. Ich fand, glaube ich, sogar Semino nicht so stark. Ich weiß nicht, ihr könnt mal bei eurem Meinung reinschauen. Ich fand ihn irgendwie nicht so stark mit den Sets. Ja, Rinca müssen wir auch noch mal überlegen, ob mir vielleicht nicht George Bestluss was holen. Der war in Ordnung, war jetzt nicht schlecht. Ja, kann man holen, aber für zwei Millionen, da kriegst du ja schon so ein Neymar und der hat ja komplett rasiert. Und Klarkern war auch in Ordnung. Weil Werde ist defensiv sehr, 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 sehr stark. Aber wissen, wie hebe ich am Ball? Und das könnte natürlich mit einem Vieira, der auch natürlich einigermaßen beweglich ist, aber in Kombien nicht so gut, sondern brüchig ein mega beweglich eigentlich nebendran. Müssen wir mal gucken. Ja, ich bin mal okay. Ich fand, glaube ich, sogar vielleicht bis jetzt schmeiße besser. Ich gebe mal auf jeden Fall noch Chance. Ansonsten warst du von heute im Video, wie gesagt, wahrscheinlich heute Abend, Freitag, kein Stream, dafür morgen, Samstagabend, ein Streamjungs, weil, ja, ich muss gucken, wie ich das mache jetzt die Tage, die Wochen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dass du mir jetzt noch Mühe gegeben, gestern Abend nachts die Packs zu craften und jetzt noch die fünf Spiele zu machen. Morgen leider eine Niederlage. Gut, Jungs, ich bin für heute raus. Lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da für eine Oldschool-RTG-Episode. Bis dann. Habt noch ein schönes Wochenende. Bis morgen.